wir könnten jetzt ein paar draus machen. Ich würde das witzig. Bombenpart oder irgendwie sowas. Singalong mit Domi und Daniel. Das gibt's noch für Lieder. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Es wäre wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Ja, das ist doch so. Ein Glücksbärchen sein. Alles du, was ein Glücksbärchen tut. Ich weiß nicht, was ich für diesen Parts halten soll. Ich glaube, die Leute sollten einfach mal kommentieren, was sie von halten. Er hat sich alles verloren. Aber... Toot! Dann muss man doch durchkommen. Wenn du da einen Penispropeller durchmachst... Was? Einen Propeller durchmachst, dann dürft's eigentlich irgendwie richtig hinhauen. Das muss aber schon perfekt gethypt sein. Also hier hätte ich jetzt ja eigentlich geplant... Hey, da vorne ist schon der Ausgang. Da können wir uns ja Zeit lassen. Ne? Ich hab's eigentlich geplant, hier auf die Kiste drauf zu springen. Und am Ende von der Kiste so links schräg runter. Anstrenger beim nicht einfach. Kann doch eigentlich direkt vor der Kiste. Ne, so. Ne. Nett. Ah, da schwill ich am Ende der Kiste. Naja, am Ende der Kiste kann ich auch nicht hoch springen. So. Jetzt sollten wir's aber langsam drauf haben, oder? Ja. Noch irgendein Lied? Ich will nicht grad. Ähm. Darkwing Duck? Da gibt's einen Bekannter von mir. Der hat mal voll den geilen Porno-Titel erfunden. Und... Ich weiß nicht, ob er es irgendwo her hat. Ich hab's zumindest noch nie woanders gehört. Und... Ich glaub, wenn man sich den patentieren oder sichern lässt, kann man da ne Menge Geld machen. Ich frag mich, warum ich denen jetzt das sag. Die könnte man mir ja dann einfach wegklauen, aber... Herrgott. Ähm. Darkwing Fuck. Der Schrecken, der die Nacht durchknattert. Du musst dir einfach mal wirklich einen Porno-Titel vorstellen, der so heißt in der Videothek. Ich glaub, das bringt echt guten Geld. Könnt ich mir vorstellen. Ist das dann so ein Furry-Porn? Ja, vielleicht, ja. Ich mein, das ist genug Leute, die auf Furries stehen. So, und hier kannst du mal... Versuchst du den Propeller da jetzt durchzumachen oder... Ehrlich gesagt, möcht' ich das nicht. Sehr gut, okay. Weil jetzt mach' ich noch sehr viel Leben. Ja. Boop. Ich mein, da könnte ich mir jetzt eine ganze Minute da hinten anschauen. Ich hab' Angst. Ich glaub, im Endraum sind wir voll viele T-Geeks. So. So. Jetzt mal schauen. So. Wenn du die Minute da unten aktivierst, kannst du durchkaraken. Wachsen. Die untere aber nur. Wenn du unten. Ja, aber wenn ich jetzt die hier vorne... Okay, jetzt könnt' ich's nicht mehr. Hast recht, klappt. Das wär das Bessere gewesen. Das machen wir jetzt das nächste Mal, ja. Gut. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich hab' Angst mehr gedacht. Ja. Ah, scheiß drauf! Wenn schon, dann gescheit, ne? Wollen wir gescheit machen. Ähm... Jetzt schaffen wir's aber! Garantiert! Ähm... Ja, Tobi, was gibt's denn noch blödes? Ähm... Hm... Jetzt sieht man was vom Cannibal-Korps. Äh... Das waren uns ungefähr alle Lieder. Nein! Was machst du nicht? Ja, ich hab noch auf links gedreht, aber der wollte irgendwie nicht. Was? Ja, jetzt aber. Ich mein, jetzt schaff ich's wirklich. Wir sollten wieder singen, ich glaub, das bleibt besser. Okay, das leckt ein bisschen ab, ja. Ja, mir fällt nix ein. Ach man, das regt mich jetzt grad auf. Vielleicht schneiden wir, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich find, dass die gesingen jetzt aber grad ziemlich witzig. Ja, dann müssen wir aber auch singen, sonst bleiben die Leute nicht bei der Stange. Bei der Stange? Bei... Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Ich kann nicht mehr. Oh, ich alsi... Du warst mich fertig, du! Der Witz des Targets. Aber echt. So. Okay. Da unten durch. So, jetzt ist es gut gezielt, ne? Ja. Sehr schön So Hell wie der Geheimnis, Dark Schatten, Dark, schlechthin Kugel an die Abi Ball auf, zack Ich lüte, schwindet er Doch bald doch da wieder auf Hier kommt Darkwing Dark Genau So, ein Bode kommt sofort geflogen Darkwing Dark 2, 1, Risiko Darkwing Dark Darkwing Darkwing Dark Kann ich frau gerade miaunzen? Auf Darkwing Dark maunzen Darkwing ist ein Erpel Achso, sehr Darkwing Dark gesagt Sieht gut aus Genau, da kannst du gar nicht durchkrabbeln Ja Krabbeln, drücken bitte Krabbeln und hinterrennen Egal was das noch kommen mag Renn schneller Ja, nein, ja Ich war so euphorisch Das ist der Daniel Daniel, das schneidest du zu einem Part Dieses ganze Ding Das sind jetzt 10 Minuten ungefähr Ja, also Ordnung Hammer, ich kann nicht mehr Ich heule Ich muss es halt in den Tränensäcken mehr Ja, Herr Rossi hat ne Wunsch Eis vom Nordpol Irgendwas mit Wunsch Irgendwas mit Wunsch Domi Brot Pro Pro Oh Mann, ich war kurz vor Ende Ah, ich hasse den Krieg und das ist der letzte Stelle Der letzte Stelle Der letzte Stelle Ich habe schon meine ganze Linguistik verloren Nennt man sie so? Ja, 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 klar Okay Bitte, hör auf, nein Fangen wir zu den Bad, du Ich sehe nichts mehr vor Tränen Es tut mir leid Es tut uns leid, Leute Echt Aber es ist einfach gerade Hammer Ich finde diese Stelle gerade übelst lustig Die Frau kommt gerade Oh, ich soll mitsingen Ja Was für ein Lied könnte man denn singen, Frau? Stimme ein Lied an Ja, Stimme ein Lied Wie ein Lied an Ein Lieb an Ein Lied Komm, du kannst es gut singen Ein Kinderlied Komm Alle bei Meine Älnchen Lied ist im Pol So, okay Ich könnte es den ganzen Tag machen Du auch, Domi? Ich könnte es den ganzen Tag irgendwie machen Okay So, den haben wir Ich hoffe, er ist uns gut in seinem Schwanz voll drin Das wird noch schlimmer Wow Ach, so, sind wir uns eigentlich, dass ich hier Ja, ja, das ist normal Und beim anderen auch Okay Voll überrad Hab ich ganz vergessen Ja, ich wollte schon Aber jetzt aufpassen Irgendwas ist hier scheinbar Hast du diese Bazooka-Grafonie? Äh, die ganze Zeit? Ist mir jetzt voll hier reingelaufen Das wollte ich nicht Sehr schön Raus Kill Oh Raus Raus Oh Schau, kaum kommt Ja, eben Die Frau bringt Glück Schokolade Die zwei Minuten gönne ich mir Äh, was heißt, gönne ich mir die Gönne ich mir natürlich nicht, aber die Achso, ich kann einfach singt drauf Ah, Frau, da auch Sing mal, Frau, du kannst echt toll singen Bitte Warum nicht Das ist doch nicht wahr Achso Er macht einen Instant-Kill, hä? So Was, wo? Hat er sich gerade selbst gekillt? Geil Leid Das war noch einer Nein Double-Kill Ey, wenn ich jetzt die ganze andere Stellnummer machen muss, ne? Dann machen wir einen Break Und wir sparen es den Zuschauern das nächste Mal Ja, doch, das machen wir echt Aber ich glaube es nicht So So, ich hoffe, der killt sich wieder selbst Das wird mir zumindest gefallen Oder so Oder ich kill ihn Nein, nein, lass noch da Ist er da hinten? Ja Äh, dachte ich, zu müde bist Okay Stücke der Wahrheit Das war's